Guten Morgen liebe Traderinnen und Trader und herzlich willkommen zu unserem Wochenstart mit japanischem Hauch. Wir haben heute das Währungspaar Candola, japanischer Yen, wir haben britisches Fund, japanisches Yen und den Nikkei auf der Uhr mit interessanten Chart-Situationen, die wie immer live hier im Webinar. Ludger, guten Morgen. All diejenigen, die hier auch live zuschauen, die lade ich wie immer ganz herzlich ein, wenn eine Frage besteht oder der ein oder andere Wunschchart mal analysiert werden soll. Einfach hier bei uns auf GoToWebinar oder auch auf dem Facebook-Livestream die Fragen in die Chats stellen und dann gehe ich sehr, sehr gerne auch auf den ein oder anderen Wunschmarkt. Ein Elena, guten Morgen von meiner Seite. Schau mir in das Webinar. Wir starten wie immer zuerst mit dem Risikohinweis, den bitte ich hier an diesem Morgen auch wieder in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen, der kann zu Verlusten führen. Was gibt es auf Seiten der Nachrichten für den heutigen Tag? Montag heute nicht ganz so viel. Wir bekommen um 11 Uhr die Handelsbilanz für den Januar aus der EU. Es gibt heute zwei Reden. Einmal der Vize der EZB spricht um 14.15 Uhr und am Nachmittag ein Vorstandsmitglied der EZB. Eine Rede hier um 16.10 Uhr und aus den USA bekommen wir um 15 Uhr ein paar Daten aus den zivilen Investitionsgütern ohne Flugzeuge. Das also hier die Nachrichtenlage aus den USA, Europa für den heutigen Tag. Wie immer auch der Hinweis, wer andere Währungen auch tradet, bitte immer auch auf die anderen Währungspaare bzw. damit verknüpften Nachrichten schauen. Beispielsweise in Kanada oder Japan, was wir heute hier nicht gemacht haben an dieser Stelle. Bitte immer prüfen, ob es da Nachrichten gibt, wenn die kommen, dass man weiß, wenn es ein Kurzfrist-Trade sein soll, dass man da nicht unbedingt auf der falschen Seite steht. Weil Sie wissen es, Nachrichten, die können einen ganz schön starken Impact auf die Märkte haben. Und damit rein in die Charts für den heutigen Morgen. Wir starten hier mit der Währung kanadischer Dollar, japanischer Yen hier im Laufenden. Denn aktuell, wir sehen es hier oben, der Aufwärtstrend ist weiter, zumindest zunächst vorgebende Richtung. Wir haben hier unten das Low, das letzte Korrektortief gehabt bei 82,264. Das hat hier auch gehalten, hier unten die tiefe Korrektur ist hier nach oben gedreht. Schön wie am Schnürchen lief das Ganze in der Stunde. Freitag gab es ein bisschen Unsicherheit. Da muss man mal sehen, was jetzt wird. Geht es weiter nach oben. Das wird Entscheidung bringen, ob wir hier übers Freitag hoch bei 84,035 drüber laufen oder wird es nach unten gehen. Das wäre dann die Entstehung eines untergeordneten Abwärtstrends in der Stunde hier, wenn wir unter die Marke von 83,4 unten drunter laufen. Positive Seite, wenn es weiter nach oben geht, wäre das schön zu sehen. Ein direkter Fortlauf hier an dieser Stelle Richtung Trend hoch hier oben bei 85,235. Hier drüben sehen wir auch noch leicht eine Woche hoch, beziehungsweise auch hier das Hoch dieses Abwärtstrends, was hier gelaufen ist, bei 85,231. Also hier oben haben wir leichten Widerstand laufen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir kommen ja von unten, ob da oben dann noch was kommt oder nicht. Muss dann nicht zwangsweise interessieren, wenn wir früh genug hier gute Gewinne erwirtschaftet haben. Was sind Anlaufpunkte auf der Oberseite? Wie schon gesagt, wenn wir hier übers Freitags hoch drüber laufen, wir haben hier, wenn wir auch in die Stunde reinblicken, ein Hochliegen bei 84,341, beziehungsweise hier ein Tageshoch. Und dann ist nach oben hin gut Gap auch da. Da wird einen schönen guten Morgen. Das heißt, wir schauen jetzt mal in die Stunde rein, was nach oben und nach unten geht. Und nach unten hin sehen wir nämlich auch ein paar Anlaufpunkte. Sollte der Markt doch drehen und hier untergeordnet den Abwärtstrend machen, dann haben wir Anlaufmarken hier um die 83,105, 82,835 hier am Tagestief. Und hier unten dann kurz vor dem letzten Low, was wir hier in der Abwärtsbewegung hatten, bei 82,549. Hier gab es ja das Umkehrsignal, wo der Markt dann schön nach oben lief. Und das Ganze verrät uns, wie schon gesagt, immer sehr, sehr schön die Stunde, wenn wir uns das mal anschauen. Dann hier haben wir gesehen, wie die Stunde schön am Schnürchen nach oben lief. Und dann gab es Freitag hier den Bruch. Jetzt läuft der Markt schon trendig wieder nach oben. Wie schon gesagt, die finale Entscheidung. Wir haben jetzt wieder einen Trend, der in Richtung des vorhergehenden Trends aufläuft. Laufen wir hier übers Tageshoch drüber. Haben wir alle Chancen offen, hier nach drüben zur rechten Seite zu laufen, wenn zur linken Seite. Das heißt hier, hier, also wir laufen natürlich nach rechts weiter, aber wir haben hier die Anlaufpunkte auf der linken Seite, die uns etwas Anhaltspunkte geben können, wo es denn hingehen kann. Das heißt hier an dieser Stelle die Oberseite. Das sehen wir hier drüben, was ich markiert habe. Auf der Unterseite markante Anlaufpunkte vom Aufwärtstrend, was Korrekturbereiche gewesen sind. Einmal hier drüben, hier unten und dann hier auch wieder was. Also wir haben da schon einige Teile drinnen. Schön wäre es, wenn wir schön trendförmig weiter nach oben laufen. Und dann ist beides konkurrent. Es läuft in die gleiche Richtung. Ansonsten ist erst einmal Korrektur angesagt. Die kann dann nach unten in den Kleinzeilen sehr, sehr schön zum Trading genutzt werden. So, dann bleiben wir mal noch bei den Währungen. Ich würde sagen, wir gehen hier direkt mal noch in das britische Fund, japanische Yen rein. Schadbild sieht ein bisschen anders aus. Die große laufende Situation weiterhin auch noch aufwärts gerichtet. Wir sehen es hier oben. Der Markt steht aktuell hier zwischen der Schwelle oder im Schwankungsbereich von 148,38 auf der Oberseite und 147,39 auf der Unterseite. Es schwingt ein bisschen hin und her. Das Ganze schön auf hohem Niveau. Wir haben es gesehen. Wir sind aus einer sehr, sehr, sehr tiefen Korrektur gekommen. Und bei so tiefen Korrekturen fehlt oben manchmal so ein bisschen die Kraft für so einen ordentlichen Schub nach oben. Das ist hier an diesen Stellen so ein bisschen was anderes, wenn man drüber läuft, kurz Luft tut und dann den Schub macht. Und das Ganze ist das, was wir hier jetzt momentan auch so ein bisschen sehen. Der Markt holt ein bisschen Luft. Und wenn es beim Luftholen bleibt, dann haben wir hier alle Karten offen, dass wir ordentlich Dynamik oben reinbekommen könnten. Und wir haben hier drüben ein paar Anlaufpunkte liegen. Hier die 149,488 bzw. hier die 149,712. Hier drüben haben wir dann noch eine Marke, die relativ nah dran liegt. Also das wären schöne Anlaufpunkte von der Oberseite, wenn wir hier dynamisch oben rauslaufen übers Hoch, so wie es hier am Freitag schon mal rangegangen ist, wenn sich das nach oben fortsetzt. Das wäre dann der Longfall, der positive Fall zur Oberseite. Ansonsten muss man halt einfach schauen, wenn es hier doch keine Kraft gibt, dann könnte es tiefere Korrektur geben. Dann, ich zoome mal hier wieder etwas näher rein, dann müssen wir einfach schauen, was passiert denn hier. Und wenn wir um das Tagestief drunter laufen, dann nimmt auch, das sieht man dann in den untergeordneten Zeiteinheiten, wieder sehr, sehr schön die Abwärtsdynamik zu. Anlaufpunkte liegen hier in diesem Maße halt leider ein Stückchen weiter weg. Hier, wir sehen es an den magentafarbenen Linien, die kommen aus der Stunde. Hier unten haben wir den Bereich des Supports, 143,750, so grob über den Daumen. Das war der Bereich, wo wir hier zweimal Support gefunden haben. Bis dahin könnte es auch korrigieren. Das müssen wir sehen. Wir schauen einfach mal in die Stunde kurz rein, was wir auch da haben. Hier oben, wir haben jetzt hier den Aufwärtslauf, wir haben hier das letzte Korrektortief rausgenommen. Hier gab es nochmal ein höheres Hoch, hier war das letzte Tief, hier sind wir drunter gelaufen, wollten aber noch nicht so richtig drunter. Aber, und das ist das Aber, wenn wir jetzt das Ganze hier so sehen, hier ging es nach unten, alles hier an dieser Stelle noch grün. Jetzt läuft es hier nach oben so richtig, Druck nach oben will nicht mehr aufkommen. Wenn der Markt tatsächlich runterläuft, dann wäre es hier nicht nur Bruch von diesem letzten Aufwärtsschub hier, sondern dann könnte es etwas tiefer gehen. Und dann haben wir Anlaufpunkte, wie schon gesagt, hier unten, das sind so Staubereiche, wo wir gesehen haben, die sind markant. Das sieht man, das wäre dann hier unten der Bereich bei 145,350, beziehungsweise aus diesem Bereich hier unten der Spike, der hier unten rangegangen ist. Das waren so Marken, die haben wir da vor dem Support. Das könnte dann durchaus nach unten warten oder unten auf uns warten und das muss man natürlich als Händler irgendwo auch im Blick haben. Und das verrät uns hier in Selbstreden, wie immer, schön der Trend der untergeordneten Zeitanheit. Das kann man schön kurzfristig im Kleinen auch mit traden. Und damit von den Währungen rüber zu den Indizes hier im Nikkei. Die Indizes haben ja am Freitag doch ganz ordentlich performt. Der Hexensabbat hat hier für positive Kursbewegungen gesorgt. Und wir schauen jetzt mal, was der Nikkei momentan hier an dieser Stelle auch macht. Wir sind ja im Nikkei auch sehr, sehr schön abgeprallt hier an diesem Support und diesem Ausbruchslevel hier. Ich sage mal grob über den Daumen, 21.000 Punkte Marke hier. Das Hoch hatten wir gehabt bei 20.974. Der Markt ist hier ein bisschen drunter gespiked. 20.839 war das Low, aber es kamen sofort wieder Käufer rein. Das heißt, wir sehen hier auch an diesem Shuttle, es gab vonseitens der Händler überhaupt kein Interesse daran, hier deutlich tiefere Kurse sehen zu wollen. Sonst wäre die Käuferseite nicht zu aktiv geworden. Hier haben wir dann so ein bisschen einen Seitwärtslauf gehabt. Wir sehen es auch hier etwas Unterkante. Also hier an dieser Stelle schön das Dreieck nach oben laufen. Hier war so das Wochenhoch. Da wollte der Markt letzte Woche noch nicht so drüber. Jetzt mag er gerne. Wir sehen es, er läuft oben drüber. Das heißt, wir sehen hier den ansteigenden Kaufdruck. Das heißt, wir sehen, die Käufer kommen immer früher in den Markt hinein und ziehen das Ganze schön nach oben. Wir sind jetzt schon mal zum Wochenstart über das Hoch der letzten Woche drüber hinausgegangen. Das ist ein sehr, sehr positives Zeichen. Und wenn wir uns das Ganze nach oben hin nach anschauen, wo liegen denn Punkte, die wir gut und gerne anlaufen können. Und die haben wir auf der Oberseite selbstredend. Wir sind erst einmal hier am Trend hoch bei 21.853 Punkten. Hier haben wir bei 21.919 ein markantes Korrekturhoch im Abwärtsdruck. Das muss auch irgendwann rausgenommen werden, wenn wir weiter höhere Kurse sehen wollen. Wir können uns dann schön hier oben orientieren. Das ist noch Zukunftsmusik. Das ist viel zu früh für jetzt. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen die Dynamik hochlaufen. Und wir sehen auch hier, ich habe es mal eingezeichnet, magentafarbene Linien, die kommen selbstverständlich wieder aus dem untergeordneten Trendverlauf der Stunde hier. Und da blicken wir selbstredend auch einfach einmal rein, weil hier sehen wir schön diesen Lauf nach oben. Hier eine sehr, sehr tiefe Korrektur. Und hier sehen wir etwas, das nenne ich als Trader-Korrektur. Eine Korrektur in Kontraktionsmuster. Das heißt, der Markt beginnt zu korrigieren. Die Korrekturen werden aber immer flacher. Das heißt, sehr, sehr häufig bereitet der Markt hier sein Ausbruchsverhalten vor. Und das ist auch genau das, was wir jetzt sehen. Der Markt hat hier in der Stunde, sehen wir das schön, diese immer enge werdenden Kontraktionen gesehen. Und dann hier irgendwann schnappt es drüber. Jetzt sind wir schon mal hochgespiked hier in den Bereich rein, der im Abwärtstrend, den wir hier in der Stunde auch schön sehen können, ein Anlaufpunkt war. Der nächste wäre dann hier oben um die Marke von 21.824 Punkten. Also ganz kurz vor dem aktuellen Trend hoch. Wenn es hier weiterläuft, das kann man schön nutzen, um aus den kleineren Kontraktionen bzw. Trendverläufen hoch zu laufen. Wir haben jetzt hier an dieser Stelle, wo diese Kerze ist, schon mal das aktuelle Tageshoch. Und wir wissen ja, was passiert am Tageshoch, wenn sich Käufer hier finden. Dann ist die Wahrscheinlichkeit gut, dass wir weiter nach oben laufen. Im kurzfristigen Trading kommt es hier wieder zum Abverkauf. Gut, da muss man erst mal sehen, wie es nach unten geht. Aber wir haben hier auf alle Fälle, so wie wir es im Webinar am Freitag auch gesehen haben, ein Tageshoch liegen, das eine gewisse Relevanz auch hat. Ich bin gespannt, was hier passiert. Man kann es auf alle Fälle hier im Kurzfristbereich auf der Liste mithaben. So, schaue ich mal in Fragen rein. Erich, Theo, einen schönen guten Morgen. Eine Bemerkung zur US-Dollar, SEK. Theo, kriegen wir hin, gucken wir gleich mal rein. Das mache ich sehr, sehr gerne an dieser Stelle. Auch mit dem japanischen Yen bzw. mit dem Nikkei bin ich jetzt auch fertig. Das heißt, die Währungen sind durch. Wir schauen jetzt mal auf US-Dollar. Schwedische Krone ist halt auch immer sehr, sehr interessant, Fragen zu beantworten. Und wir sehen hier, wenn wir uns den Tagesschart mal angucken, gut, jetzt liegen hier ein paar Listen, ein paar Linien drinnen. Die sind nicht so schick, aber wartet mal, wir machen mal einen sauberen Chart auf. Da können wir das hier, neuer Chart, zack. So, jetzt haben wir es sauber. Und da sehen wir jetzt hier, was sehen wir? Ich gucke mal ganz kurz in den großen Markt rein. Wir sehen jetzt hier von oben, um einfach mal eine allgemeine Markteinschätzung zu machen, kehre ich die Treppe gerne vom großen Bild ins kleine, um einfach mal das Thema der Verortung zu sehen. Das heißt, wir haben hier oben drinnen einen Widerstandsbereich. Der ist jetzt da, da ist der Markt reingelaufen und nach unten abgeprallt. Das passt. Was wir jetzt hier in diesem Rahmen sehen, in diesem Sinne, ist eine laufende Korrektur. Wir hatten hier letzte Woche eine komplette Korrektur Candle. Die wird jetzt bestätigt, so wie es aussieht. Das heißt, wenn wir dieses Bild hier sehen, sehen wir den Ablauf der Woche, den Abwärtsdruck in der Woche. Anlaufpunkte hier unten, hat man mal einen Spike unten rein von vor zwei Wochen. Wo hat der gelegen? Der hat gelegen bei 9,16, 7,25. Das sind Marken, die werden nach unten hin immer gerne mal angelaufen. Also das heißt, mit Blick auf die möglichen Wahrscheinlichkeiten hat man halt hier nach unten einen Tiefbereich gehabt. Der wurde direkt wieder hochgekauft. Hier oben hat man einen Top. Das wurde direkt abverkauft. Das heißt, die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, wenn man das jetzt mal sucht, wo der Markt jetzt nach unten hin Anlaufpunkte nehmen könnte, das wäre hier dieser Ausbruchsbereich hier oben. Ich mache das mal eben kurz in grün, weil es als Support mit gelten könnte. Habala, schön eine grüne Farbe. Hier haben wir es. Zack, also hier oben, da hat sich sozusagen diese Aufwärtsdynamik nach dieser korrektiven Phase in der Woche her nach oben hin fortgesetzt. Das war hier immer mal ein Bereich, da ging es nicht richtig drüber. Und dann ging es doch oben drüber. Das könnte ein Anlaufpunkt sein, beziehungsweise das Ganze noch etwas tiefer gesehen, haben wir hier unten in diesem Bereich noch liegen, wo wir auch diese Zwischenspikes drinnen gehabt hatten. Möglicherweise könnte dort auch noch ein Supportbereich liegen, ganz, ganz grob, weil so wie es ausschaut, läuft die Woche jetzt noch etwas nach unten. Gucken wir uns das Ganze mal auf Tagesbasis an. Was haben wir auf Tagesbasis? Geht natürlich in dem Schwungbild hier mit rein. Der Abverkauf der letzten Woche, den haben wir hier durch die Tage auch gesehen. Was wir hier in der Woche momentan auch sehr schön sehen, das ist dieser obere Bereich, dieser obere Supportbereich, den ich hier habe, den sehen wir auf Tagesbasis. Sehr, sehr schön. Er hat hier drüben schon mal gehalten, hier hat er gehalten. Heißt also, dieser starke Stub nach unten läuft jetzt in den Support rein. Jetzt geht es hier mal so ein bisschen um Erfahrung, um Wahrscheinlichkeiten. Was kann passieren? Ich habe auch schon mal über eine Strategie geschrieben, wenn wir so eine massive Überdehnung haben, das heißt, wenn wir hier so viele, viele Verkaufstage haben, wo der Markt nicht wirklich richtig Luft gehabt hat zum Durchatmen, da überdehnt sich dieses Gummiband immer, 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 immer weiter. Und entweder es reißt und wir sehen halt den massiven weiteren Kurssturz nach unten. Das heißt, man muss sich, wenn man das traden will, in diese Bewegung einkaufen über die untergeordneten Zeiteinheiten. Oder aber es kommt zu einem sogenannten Rebound und das ist halt dann interessant, wenn wir das hier unten sehen, da werden halt gerne auch solche Marken mit angenommen an dieser Stelle, wo man sich sagt, okay, man findet hier unten dann plötzlich wieder Käufer. Das heißt, das Bild, was wir jetzt hier sehen, ist definitiv abwärts gerichtet. Hier in der Woche haben wir es gesehen, ging es runter auf Tagesbasis, wird das Ganze bestätigt. Wer sich das Ganze in den kleineren Zeiteinheiten anschaut, er sieht ganz klar den Abwärtsdruck des Tages. Wir haben hier einen Abwärtstrend laufen. Dieser Abwärtstrend hat mittlerweile hier den letzten Stunden Schub auch definitiv rausgenommen. Das ist ja hier oben passiert, beziehungsweise hier das ganz markante Level rausgenommen. Das heißt, wenn man auch mal hier diese unterschiedlichen Trendgrößen sieht, hier ist eine Trendgröße, das ist das nach oben geschoben. Und wir sehen halt untergeordnet Korrekturtrend. Hier haben wir den Bewegungstrend, der hat hier oben nochmal inne gehalten. Das heißt, hier ist jetzt der Bewegungstrend gebrochen worden hier oben. Hier unten ist der Trend hier, dieser Schub, dieser Trend nach oben gebrochen worden. Das ist halt hier, wo wir aus diesem Spike unten rausgekommen. Das heißt, das ist alles Geschichte. Wer das Ganze im kurzfristigen Trading-Bereich handeln möchte, wir haben hier den richtungsgebenden Abwärtstrend. Der ist noch da und solange wie dieser intakt ist, heißt das halt Richtung runterwärts angegeben. Das heißt Richtung, ja hier diese Supports unten, wenn es hier unten zum Drehen kommt und dieser Abwärtstrend gebrochen wird, dann könnte man in den Rebound reingehen aus meiner Sicht. Das würde da in dem Augenblick auch Sinn machen, wenn man diese starke Überdehnung ein Stück weit nach oben traden möchte. Man muss halt einfach wissen, wie man dann tradet, was man tradet, dass das, was man tradet, wenn es dann nach oben schnäppst, schon wieder in Richtung der Aufwärtsdynamik hier sehen kann, die wir hier gesehen haben. Beziehungsweise, wenn man sich das Ganze auch mal im größeren Bild anschaut oder anschauen mag, dann haben wir ja hier seit geraumer Zeit schon eine gewisse Aufwärtsdynamik da. Wir haben hier einen Aufwärtstrend entsprechend im Markt laufen, hier auf Tagesbasis, der schon schön nach oben schiebt. Und wenn wir dann hier an dieser Schwelle wieder nach oben drehen, dann wäre es auch gut und gerne möglich, dass wir aus der Korrektur jetzt raus die nächste Bewegung nach oben hin sehen. Das ist halt dann das Interessante, der interessante Bereich, der hier an dieser Stelle bleibt. Man hat auch hier verschiedene Trendgrößen, hier diese Swings, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das hier ist immer ein bisschen tricky einzuschätzen. In meinen Augen ist das einfach insidebar, was hier gelaufen ist. Das heißt, der Schub ging schon bis hier oben hin. Hier unten haben wir Korrekturlevel. Wie schon gesagt, diese Marke hat eine gewisse technische Relevanz. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist Korrektur von diesem Bereich, was hier letztens hochgekommen ist. Also von der Seite her, wenn wir es schaffen, rumzudrehen, dann haben wir die Chancen, hier auch die Tageshochs oben anzulaufen, die hier im Vorfeld gelaufen ist, kommt hier die Schwäche massiv rein, bricht auch unter dieses Niveau dann eher unten rein. Aber latent immer vorhanden, dieses starke, starke Lauf wird womöglich irgendwann korrigiert. Das heißt, es ist schon weit im Progress. Das heißt, wenn irgendwann eine Umkehr kommt, der Rebound sollte auf alle Fälle möglich zum Traden sein. Gut, alles klar. Dann hoffe ich, dass ich hier einfach mal einen Blick hineingenommen habe in den Chart rein aus technischer Sicht, Theo. Ich hoffe, das passt soweit. Timo, guten Morgen meinerseits und allen hier. Danke für die Zeit wieder am heutigen Montag. Allen gute Trades. Und wir hören, lesen und sehen morgen früh wieder allesamt hier an gleicher Stelle zusammen. Der Blog spätestens um 8 Uhr und das Live-Webinar mit Ihren Fragen, wenn Sie mögen, gerne auch wieder um 8.30 Uhr. An dieser Stelle danke und bis morgen. Tschüss.